Hallo Sammelfreunde, herzlich willkommen zu Orakel Nummer 9 dieser Frauen-Football-Weltmeisterschaft in Frankreich. Und wir Orakeln mit drei Panini-Sticker-Tüten das Montagabendspiel zwischen Kanada und Kamerun. Jeder Sticker des jeweiligen Landes zählt ein Tor und wir legen los und finden das Wappen von Südafrika im ersten Päckchen. Dann das Teamfoto von Chile. Nochmal Südafrika mit Van Weyck. Das Stadion von Reims. Wang für China. Und kein Treffer im ersten Päckchen, sodass wir direkt ins zweite schauen. Da finden wir Mallorca aus Argentinien, die Mannschaft von Spanien. Thorstenes aus Norwegen. Karnite aus Südafrika und nochmal Südafrika mit Matlu. Also sehr viel Südafrika, aber nichts von dem, was wir brauchen können. Schauen wir, ob wir im dritten Sticker-Päckchen was finden mit. Lee für Südkorea. Die nächste Lee, ebenfalls Südkorea. Eugénie Le Saumere für Frankreich. Houghton für England. Und Stokes, ebenfalls England. Und damit haben wir tatsächlich das zweite 0 zu 0 des heutigen Tages-Orakels. Sollte irgendwie nicht sein mit den Toren. Würde mich natürlich trotzdem freuen, wenn ihr für das Video ein Däumchen nach oben da lasst. Abo nicht vergessen, wenn ihr die künftigen Orakels nicht verpassen wollt. Und dann sehen wir uns zum ersten Spiel des morgigen Dienstags zwischen Neuseeland und den Niederlanden wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.